Das Hotel Viva Ja, und er hat jetzt am Anfang Wunderplatz organisiert und vielleicht kopiert ihr euch auch, wie es jetzt zu präsentieren. Also, eine Tena Colada im Hotel Gelti Vila vom Charmein-Telner Nadia. Super, hat's schon zu mir! Toll, ist das nicht ein Super-Cocktail? Na, ist es jetzt? Also, verabreißen noch für Jungen, einen Cocktail mit Butterkerzen präsentiert zu bekommen und jetzt nun auch zu genießen. Also, dann zum Wohl!